und halb 19 zu den vfb news hier am freitagabend entspannt um ja halb sieben rum kurz vor sieben haben wir es jetzt hier auch schöne dinge eben für euch ihr wisst bis wann ich die news quasi gesammelt habe haben wir da einiges zu besprechen wenn ich mir die tabs angucke aber es soll glaube ich von länger wieder passen und ihr wisst eh alles unten im sammel link sind alle quellen drin die ihr hier so finden könnte von was ich euch ja quasi alles erzähle zum thema vfb nummer eins letzte woche freitag habe ich es ja im podcast angesprochen tag später selber muss im stadion gesehen nämlich kommando kann statt war zurück zu weiten teilen kann ich einschätzen wie viele aber es war auf jeden fall welche da von kann statt gegen freiburg sie war auch vorm stadion aktiv vorm spiel mit einem banner vision stadt verwalten eine perspektive für volle stein muss her noch dazu haben wir gegen ende vom podcast noch eine sehr interessante news die jetzt auch sehr aktuell reinkam nichts nicht von wegen wir haben wieder 60.000 stadion das kann ich schon mal sagen das ist nicht aber halt ein bisschen mehr wieder ins ja in richtung normale stadion erlebnis auch für viele von den kollegen von comando kann statt sicherlich wenn die eben ein stadion gehen wollen waren zwei personalien kurz christian riedmüller rückt in den aufsichtsrat ist so ein bisschen ja hat keiner richtig mitbekommen weil es eben ein tag vom deadline day war so ja ging jetzt übers ja rein da in den aufsichtsrat in der hauptversammlung im lauf des jahres wird über weitere besetzungen gesprochen der aktuelle aufsichtsrat ist bis 222 gewählt wer nicht in den aufsichtsrat geht und nicht will das war auch klar ist professor dr andré bühler der macht das nicht hat auch gesagt ich habe mich weder auf das amtspräsidenten beworben noch auf dem präsidiumsamt und auch der aufsichtsrat ist kein thema für mich so wir machen ein paar spieler themen durch oder ein paar einzelspieler themen durch quasi nämlich sehr interessant ist ja schön jetzt auch mittlerweile gut ist es ein bisschen her aber wir sagen aber alles gute nachträglich 29 august immer beyers 18 jahre alt bedeutet der kollege ist spielberechtigt und kann ab dem spiel gegen frankfurt für unsere bundesliga auftreten freuen uns glaube ich alle drauf mal gucken was der für wege machen kann bei uns auch sehr schön für ich darf endlich wieder auf den rasen der kollege ist auch zurück in seiner verletzung zurück zurück auf dem rasen aber bei ihm kommt es ja langsam wie auch schon öfter mal gesagt irgendwann im oktober werden wir einen kompletten overload da vorne haben vor allem mittelfeldbereich weil im oktober ja selbst in silas wahrscheinlich nicht spielen wird dabei wieder mehr oder minder zurückkehrt ins training führig ist da auskuriert also laut den ganzen transfermarkt die angaben mangar la eh schon ist nicht hoffentlich nicht erst im oktober der ist jetzt schon im training da klappt es hoffentlich schon für frankfurt nächste woche und so lauter spieler glaube auch ein eckloff ist für oktober angesetzt da sind einige wieder da ob es die kürzeren verletzungen sind die verletzungen sind die schon länger da sind aber so im oktober november rum kriegt man das meiste wieder zurück unseren kader und dann ja eben auch zum jahres umschwung lang quasi noch kalajic für die rückrunde vermutlich und wahrscheinlich ist auch erst dann sie das wieder so richtig mit drin ich kann es überhaupt nicht abschätzen aber wir könnten vielleicht unsere ruf der rückrunden mannschaft wieder ja gerecht werden sag mal so weil da wird der kader quasi so stehen wie man sich den so ein bisschen erhofft hätte im sinne von ein komplett fitter kader mit ausnahme natürlich von leider von mohamed sanko auch interessant gibt nichts offizielles dazu aber worden footballs geschrieben also von vfb exklusiv übernommen haben es geschrieben dass wir keinen neuzugang auf der torhüter position haben das haben wir auch gemerkt über das transferfenster kam ja nichts mehr eben der wechsel von jens krall zu frankfurt zweiter keeper ist erb redlo erster müller logischerweise und eben an nummer drei wird es vermutlich florian schock schaffen weil der kollege war jetzt ja auch ständig dabei in den trainings und so weiter horlung war auch schon mit dabei aber scheinbar laut dem artikel hier macht es florian schock auch interessant kann euch nicht viel zu der personale erzählen aber schön dass es ein jugendkeeper bei uns dann auf den dritten bundesliga kaderplatz der torhüter schafft ist auch ein schönes zeichen so klimovic geht auf nummer sicher ist ein sehr interessantes ding wie ich finde er hat nämlich der u21 abgesagt wurde erst 21 europameister mit deutschland aber eben jetzt die dieses ähnliche dingen zwischen u21 und dann an nationalmannschaft und so geschichten er quasi wegen ja wegen der paragrafen falle die auch schon bei sozer zugeschnappt hatte mit diesem wechsel zu deutschland dann ging es doch nicht also das national nationalität mäßig schon aber nicht von nationalmannschaft und so weiter weil er schon spiele bestritten hat für kroatien u21 blablabla und da will ja matteo klimovic wohl nicht reinfallen in diese falle bleibt ja erst mal ja auf kein länderspielen stehen sagt man es mal so weil er ja sich damit so ein bisschen noch offen halten will dass auch argentinien noch klappen könnte als nationalmannschaftsauswahl mal gucken wie sie so entwickelt aber er hat erst mal abgesagt und geht da auf nummer sicher generell ist natürlich gerade nach die pause ich kann wieder vorlesen wer hier alles am start ist vom vfb aus vataru endo ist am start sosa und die das mal verpaar das alles alle für die nationalmannschaften also die richtigen nationalmannschaften so doof es auch klingt u21 nationalmannschaft roberto massimo sehr schön u21 nicolas nathai dabei und ja auch immer bayers und u20 für england clinton mohler finde ich sehr sehr krass das heißt die haben auch da immer noch eine sehr hohe haltung von ihm hat der kollega der real talk auch jahr lang übertrieben gesagt nicht gespielt jetzt gerade so ein bisschen aus verletzung raus wieder karten platz bekommen ein vfb auf der bank und zack ist er dabei und natürlich auch ich habe es ja auch schon nachbericht gesagt mal vor paar noches direkt dann länderspielphase weitergereist da ist also nix irgendwie in sachen verletzung oder sowas da ist nix schlimmeres gewesen wurde ja ausgewechselt gegen freiburg und natürlich jetzt auch wer auf reise ist kann ja schon vorab nehmen wir haben das video schon gemacht dazu das vfb aktuell zu marmus und eben auch vor allem zu warit fahrgier der ist eben auch auf länderspielpreise aber da gehen wir gleich noch mal rein nämlich genau jetzt ja wir machen aber kurz die zwei transfers kurz revue passieren habe es schon im video gemacht auch ja wirklich schön geklickt geworden deswegen hat mich sehr gefreut dass ihr da bock hatte doch auf sowas war wieder auf die vfb aktuell ist mal wieder was kürzeres dachte mir dass das ist würdig so am transfer am transfer deadline day bringt zwar sowas raus sehr sehr schön zu sehen ist ja sowieso gerade auf der road to 2k quasi ich glaube brauchen auch noch ein zweiter so dass wir bei den 1070 abonnenten wir machen unseren weg hin mal gucken wie sich am wochenende wie es aussieht ohne bundesieger immer schwierig bei mir der vfb zieht halt so doof gesagt der rest nicht so wirklich aber nichts anderes wird natürlich der rest auch gemacht so die community streams und so weiter wird alles laufen und am wochenende wird es ja auch einen neuen podcast geben dann mit einem kollegen eben zum jugendbereich vom vfb denn wir dann vermutlich wenn wir jetzt am wochenende sehen wenn online ist dann hat alles geklappt wenn nicht dann gucken auch mal aber ich gehe recht sicher davon aus dass es kommen wird jetzt quasi alle vier wochen halt zu jeder länderspielpause wenn da pause es gibt es am wochenende oder eben im verlauf dieser länderspielwoche dann ein podcast zu unserer jugend was auch sehr sehr geil wird deswegen daher unterstützen mal gucken ob wir dann in richtung frankfurt richtung die nächsten spiele irgendwann mal die 2000 knacken würden wäre ja sehr sehr geil genauso wie auch ja ein bisschen das meinung wohl von oma marmus ist übergang zehn von zehn oma marmus kann im offensivbereich flexibel eingesetzt werden ist mit seinen eigenschaften und fähigkeiten eine wertvolle verstärkung für unseren kader kam er von pauli bei wolfsburg schon gekickt rahmeldungen waren scheinbar top ich glaube 500.000 euro zahlen wir für die leihe keine kauf option nix aber was da auch richtigerweise geschrieben wurde die nicht vom vfb klar aber von den kommentaren auf twitter wo ich ja vor allem unterwegs bin auch für die podcast folgen und für die vor nach berichte natürlich dass der kolleg vertrag bis 2023 hat bei wolfsburg das heißt wenn der nächsten sehr im sommer sagt jungs schade sei vorbei ist war hier echt geil ich habe hier ich habe ja 18 ich habe ja 18 tue ich habe ja 18 tore geschossen dann ist die chance da dass man den vielleicht längerfristig halten kann dann ist auch nur noch ein jahr vertrag drauf das heißt du könntest ihn auch vielleicht ein bisschen billiger schießen mal gucken alles zukunftspläne aber wäre tendenziell dann möglich auch von einem von dem man viel hält ohne quasi sein gesicht zu kennen so zu basa 18 93 von transfermarkt.de der insider der quasi alles richtig hatte und immer wieder gute meinungen hat sagt zu marmus ernsthaft den marmus transfer finde ich überragend der passt mit seinen skills unglaublich gut in die truppe habe ich ihn ja schon mehrfach im forum scouting vorgeschlagen bin froh dass er jetzt endlich das trikot mit dem brustring trägt klingt auch sehr geil dann war hier fahrgier ein tag später kam der quasi offiziell glaube 15 minuten vor deadline also vor 18 uhr wurde er veröffentlicht davor wurde schon geleakt also hier glaube 17 uhr 17 wenn ich es richtig sehe wurde es geliekt von jemand auf twitter quasi über vfb tv weil man konnte schon beim vfb such nach dem namen hat man schon gesehen es gibt ein vfb tv video mit ihm ich weiß nicht wie er da jetzt herankam an den screenshot von dem video wieder rein kam weil das kam war ein kamer eigentlich nicht aber man hat schon gesehen okay es gibt einen eintrag zu ihm und dann wie gesagt eine halbe stunde später grob war es dann auch offiziell da aber schon geil ist das social media investigativ journalismus feier jedes mal aufs neue finde ich so geil viereinhalb millionen zahlen wir wohl schreibt der kicker glaube die bilder sogar von sechs millionen gesprochen wie gesagt ewig lange schon auf unserem radar der gute fahrgier und auch ein vorzug vor den nächsten sommer also vor griff für den nächsten sommer kicker hat dann auch noch mal geschrieben in der ausgabe scheinbar dass er 3,5 millionen kostet plus eben eine millionen möglicher boni es bleibt ja 400 millionen aber basis ist erst mal dreieinhalb scheinbar was hat auch ja klar immer noch der englische liga so du holst nicht aus der englischen liga oder sowas rein vom preis her aber wirklich darüber nachdenken ist es ein riesen talent ist der seit ein zwei jahren schon bei vielen klubs auf dem zettel steht dann holst du ihn für dreieinhalb mit so einer ja muss ich mal sagen auch noch in der lage wurde wurde verein der abgebende verein von fahrgier auch weil es die brauchenden stürmer aus der lage raus dreieinhalb unfassbar unfassbar vorgriff auf nächste saison wie gesagt wenn alle fit sind herrschen offensiv großes gedränge wurde da auch geschrieben und interessant auch mafopanus und ito sollen 222 per kauf option gehalten werden bin ich auch aktuell voll dafür da verband ist ja auch geliehen ich weiß gar nicht sind es drei millionen dreieinhalb vier millionen das hat man auch schon berichtet hier ich habe es auch gerade nicht mehr im kopf kostet er ablöse dann nächstes jahr an arsen was auch eine mega chillige oder mega ja wie soll man sagen aber das super rausgehandelt war dann wohl für ein bisschen tat weil es super ablöse drei millionen dreieinhalb vier millionen selbst wenn es fünf sind für gestanden und dann mittlerweile wirklich fast gestanden bundesliga verteidiger der verletzungs pech mal irgendwie ausgeklammert seine leistung zeigt oder halt den wert im team hat den er halt beispielsweise nicht hat wenn er wieder eine saison gefühlt 15 mal ausfällt so übertrieben gesagt aber das wäre auch wieder eine wahnsinnige ablöse und über ito braucht man glaube ich nicht zu sprechen er kommt aus der zweiten japanischen liga da musst du jemanden erst mal finden zweite japanische liga kommt der ist eigentlich eingeplant für die u21 unten ist nur ausgeliehen hat eine kauf option für 500.000 im nächsten sommer und zockt da also beispiel pokal war sehr stark dann auch als er reinkam für mal verparnis nach der verletzung gegen freiburg war auch der beste verteidiger da hinten also auch noch mal besser als ein kämpf rein positionsgetreu würde ja auch meistens auf links spielen wahnsinn wahnsinn transfer und hier sehr schön über zusammengefasst auf twitter zugänge in dieser transfer phase müller 23 jahre alt fünf million milo 19 jahre alt 1,75 million führig 23 zweieinhalb million ito eben auch 22 und 0,5 million kauf option fagier 18 jahre da schreibt er 4,5 bis 6 million ich nehme mal die 4,5 meister der kicker noch eher recht als dann die bild beispielsweise amala 19 wurde er auch geholt mit kauf option 1,5 million bejas 18 ablöse frei und marmus 22 auch eine lei ohne kauf option die müsste glaube ich 500.000 euro gekostet haben wie gesagt durchschnittsalter 20,3 jahre wahnsinn was für ein transferfenster sehr wildes ding wir haben den kader noch mal an talenten und an ablösungs verdopplungs und verdreifachungspotenzial extrem extrem dazugelegt also was da steht das ist alles talent das ist alles wirklich pures talent da steckt so viel drin in der truppe das kann schon richtig richtig spaß machen auf die zukunft wobei wo man auch dann ganz ehrlich sein muss auf zukunft gegriffen wenn die alle einschlagen wie den silas mit den kalajic oder sowas was man jetzt auch frei von der quote her nicht bei jedem erwarten kann so dann ist natürlich auch alles kandidaten die du nicht fünf jahre beim vfb halten kannst im normalfall ein bisschen das hat auch gesagt der transfer sommer war dieses mal noch komplizierter und auch er hat gesagt ja dass man ein paar vorgriffe auf den kommenden sommer gemacht hat deswegen auch da haben wir glaube ich auch im stream zum beispiel mal angesprochen kann gut sein wenn kalajic kommt aus in der rückrunde wieder kommt und dann wieder weitermacht und 15 hütten machen rückrunde übertrieben gesagt dass da schon ein bisschen geplant ist den im sommer abzugeben weil du weißt okay lang kann es nicht mehr halten jetzt hast du schon frage geholt und so geschichten was du vielleicht erst nächsten sommer getan hättest wird sehr interessant jegliche transferphase für uns wird sehr sehr interessant wenn eben weiter dieser weg so funktioniert mit den talenten dass sie einschlagen dass sie namen machen sich hier beim vfb dann wird jeder sommer wieder ein wildes ding zwischen okay schön wir holen leute für das wir verkaufen leute für das fünffache für das was sie geholt haben müssen aber dafür wieder ersatz holen welches talent holt er jetzt wieder aus frankreich oder wo auch immer also unsere anspärfenster werden glaube ich in nächster zeit nicht unbedingt weniger interessant auch schön professor andré bühler der auch nochmal geschrieben hier auf twitter mit uns nicht falsch verstehen das finde ich auch direkt genau die richtige einschätzung es geht diese so nach es geht diese so nur um den klassenerhalt und trotzdem hat der vfb meiner meinung nach den aktuell spannendsten und wickungsfähigsten kader im europäischen profi fußball das ist halt sehr geil europäische profi fußball keine ahnung glaube ich jetzt nicht den riesen überblick drüber aber vom grund auf kann man dem glaube ich zustimmen dann kommen wir zu aktuelleren geschichten wir haben darauf reagiert im live stream war wieder ein sehr sehr geiles gegen die pokal live streams ich hoffe sehr dass wir gegen den folgenden gegner weiterkommen und eben nochmal so geil pokal auslosungs live stream uns geben können nämlich der erste fc köln und das goodie überhaupt es ist ein heimspiel für den vfb welten das letzte so auch zwei heimspiele freiburg und dann gladbach aber eben eine ohne zuschauer das letzte zuschauer heimspiel im pokal war 2015 oder was 2016 glaubt zu 15 war es zu 16 boah schwierig glaubt 2016 müssen gewesen sein dann vielleicht weil es war unter gramm nie da lief es gerade noch besser sind trotzdem rausfühlen gegen dort und war ja im stadion was war die gute rückrunde von gramm nie bevor eben mit uns abgestiegen ist also müsste es 15 16 gewesen sein und es müsste ist jetzt die frage ob es irgendwie dezember war ob es februar war keine ahnung 15 16 die saison war es auf jeden fall mit recht hoher sicherheit ein bisschen takt sagt schön dass wir wieder ein heimspiel haben der fc köln ist definitiv ein sehr ernst zu nehmender gegner ich erwarte ein intensives spiel auf augenhöhe und hoffe natürlich dass wir mit der unterstützung unserer fans in die nächste runde einziehen werden ja kann man so zustimmen köln macht ja wirklich einen guten job muss natürlich auch sagen das ding ist erst am ende oktober so dass nämlich auch offiziell festgelegter spiel 27 oktober ein mittwoch abend und auch schön auch vom praktikum her schön von der uhrzeit und so weiter dass eben nicht dass es 18 30 18 45 spiel ist sondern um 20 uhr 45 das ist auch eine sehr sehr schöne meldung bin jetzt gar nicht sicher ob das spiel im free tv kommt da habe ich mich jetzt tatsächlich nicht mit beschäftigt aber es kann gut sein dass das irgendwo im free tv läuft oder die ansetzung würde passen mittwoch 20 45 bundesiges gegen bundesiges könnte passen aber es da bin ich gerade leider tatsächlich nicht informiert das tut mir leid aber habe ich bock drauf mit heimfans also ich gehe davon aus dass ich bis dahin nicht corona sonst was getan hat und wir nicht mehr mit heimfans am start sind glaube ich pokal abend für uns sehr sehr freuen können auch wirklich köln wie gesagt macht einen guten job aber auch kein kein los wo du sagst oh gott da fliegste raus direkt also gegen die kannst du auf jeden fall weiterkommen dann test spiel hatten wir gestern am donnerstag mittag 3 0 test spiel sieg gegen nürnberg doppelpack matteo klimovic und philip clement haben getroffen ich lese einfach mal ganz plump runter weil alles gespielt habe hier wieder diese spaßes mit quasi in klammern die einwechslung wann und wann ich lese erstmal die startelf durch und danach die einwechslungen bretlo anton koulibaly didawi tommy stenzel karaso marmusch clement klimovic ito dann einwechslungen so wie es hier aussieht keine ahnung kämpf polster michel natei notnagel cool auch meyer und förster schönes ding ja pflicht sieg im test spiel kann man das so sagen keine ahnung aber gut und vor allem nummer eins gut für uns bei test spielen es gab keine verletzung aus dem test spiel raus das ist fast noch das besonderste an diesem ganzen bericht zum test spiel was auch gemacht wurde auch letzte woche angekündigt dass es kommt in dieser woche jetzt kam es die zeitgenaue ansetzung der termine vom vfb finde ich auch sehr geil also also vielleicht ist es raus ist die termine selber muss jeder selber für sich wissen siebter spiel tag heimspiel gegen hofnheim samstag 15 30 8 auswärts nach glattbach topspiel samstag 18 30 neunter spiel tag sonntag 17 30 zuhause gegen union berlin und wir haben wieder einen weiteren sonntag 10 spiel tag in augsburg sonntag 15 30 11 spiel tag samstag 15 30 zuhause gegen bielefeld dasselbe auch nur diesmal in dortmund samstag 15 30 am 12 spiel tag ganz immer schon ende november freitag abends spielt zuhause gegen mainz 13 spiel tag 20 30 am 26 11 bis dahin ist terminiert ja schönes ding sehr sehr viele sonntage zum beginn sehr sehr viel was die leute sich auf das saun reinziehen müssen dann ja aber auch wieder was dabei natürlich mit auswärts augsburg wo man vielleicht mal tendenziell hinfahren könnte mal gucken mal wieder ein paar bessere erlebnisse mitnehmen nach dem 0 zu 6 wer weiß anderes thema ist oder was anderes thema wir machen jetzt denen die verbindung zum allerersten thema noch mit der kann oder mit comando kann statt nämlich es gibt wieder stehplätze titel der vfb heute ganz brandaktuell von heute gegen leverkusen der spiel nach frankfurt die woche drauf am auch ein sonntag am 19 september 15 30 es wird erstmalig seit dem bielefeld spiel damals wieder im heim wie auch im gästebereich wieder stehplatz karten zur verfügung geben und auch gegen freiburg wird das alkohol in der arena geben wird ausgeschenkt und auch wunderschön schöne geste vom vfb als dankeschön für die treu und geduld unserer dauerkarten besitzer wird die bestellmenge dauerkarten besitzer bei diesem spiel erhöht jeder von ihnen kann vier eintrittskarten bestellen schönes ding schon mal bisher waren es ja zwei stück weil ich habe es auch schon mal geschafft an insgesamt vier zu kommen weil ich drei dauerkarten über zwei accounts habe aber so kann ich sogar bis zu acht karten kommen als dauerkarten besitzer und auch sehr schön es gibt ein ja preis nachlass eben in der dauerkarten besitzer vorverkauf runde quasi die startet am mittwoch 9 uhr nächste woche mittwoch 8 september 9 uhr startet die dann wieder ab freitag wie man es erkennt ab freitag um 9 uhr dann die mitglieder und der freie verkauf ab dienstag 14 september auch um 9 uhr und eben die phase von mittwoch 9 uhr bis freitag 9 uhr wo eben nur dauerkarten besitzer reinkommen da gibt es preisnachlass ich habe es jetzt nicht was wie viel preis nach das last es wird wahrscheinlich auch nicht die welt aber da wir sowieso schon zurück sind bei den 25 euro tickets gegen freiburg und das hoffentlich gegen leverkusen auch so bleibt kann es schon gut sein dass man vielleicht nur noch 22 50 zahlen muss oder sowas das spiel das wirkliche auch von der geste her sowieso schon nett genug cool genug finde ich sehr sehr schön und auch sehr interessant was auch für mich interessant also für alle die irgendwie bock drauf hätten tendenziell ich würde ja vielleicht gerne nach frankfurt gehen zum auswärts spiel da da nur 1200 eintrittskarten zur verfügung stehen erhalten ausdauer auswärts dauerkarten besitzer und fanglubs dieser partie ein vorkaufsrecht das kenne ich schon das kennen wir schon aber sollte danach noch eintrittskarten übrig sein gehen diese am dienstag 7 der september um 9 uhr in den verkauf für mitglieder nächste woche also am dienstag mal gucken morgens ob da was mit frankfurt geht auswärts die andere alternative quasi weil ich kann natürlich auch nicht einschätzen wie viele ultras kommen und so weiter wie auf wie viel ansturm die da die da springen wie viele jetzt nach frankfurt wollen wieder kein plan weil bei heimspielen sind es ja eher fern geblieben bisher weiß ich wie es auswärts aussieht vor allem sind dann auch 1200 vfb fans in arena mit insgesamt 25.000 glaube ich in frankfurt natürlich auch die andere option noch über frankfurt selber zu gehen dann wenn die irgendwann die karten möglicherweise in freien verkauf bringen wenn die eben nicht alles weg bekommen mal gucken alle andere möglichkeit ist noch vfb away das war eben das einzige mal wo ich war mit den beiden kollegen das 0 zu 6 in augsburg die bieten wieder fahrten an hier sehen wir auch die preise jetzt also fahrt nach frankfurt 33 euro völlig okay weil so mit der bahn zahlst du viel viel mehr bei mir mit bahncard 50 zahle ich auch mehr aber jetzt nicht extrem viel mehr als 33 euro stehplatz kostet 17 euro sitzplatz gibt es drei verschiedene kategorien einmal für 32 einmal für 35 einmal für 39 euro und vor allem mit das interessanteste ist man wie immer mercedes straße fährst dann morgens hin und kommst abends zurück wieder an die mercedes straße so vom bus her bitte beachtet die corona regeln einlass in den bus und im stadion unterliegt der 2g regel vollständige kontaktdaten für jeden besteller anzugeben bla bla blub also es klingt so als würde man nach ja nur mit 2g quasi ins stadion kommen bei frankfurt oder zumindest in ausländsblock kommen bei frankfurt ist ja scheinbar so dass 20.000 tickets 2g tickets sind also nur genesen nur geimpft und noch 5000 weitere damit auf die 25.000 kommen für 3g tickets hause ich für kinder gedacht sind wo damit eben auch dann getestet reinkommen wenn die hier vom vfb hier so schreiben dass das im bus und im stadion gilt die 2g regeln klingt das für mich stark so dass würde man nur ausschließlich mit 2g auch ins stadion kommen es wäre der aussatzblock quasi ein 2g bereich keine ahnung vom vfb gibt es da keine offiziellen daten zu weil das wäre natürlich schon irgendwie offizielle infos zu weil es wäre schon tendenziell was interessant ist zu wissen bevor man sich da an karten macht nach frankfurt so ich bin geimpft aber wenn mal jemand mitnehmen will der nicht geimpft ist und hat nur getestet ist dann wenn man sich beim vfb eine karte holt dann steht man frankfurt nicht sagen ja schön hier ist 2g und du wusstest nicht wäre schon cool wenn vom vfb noch ein paar infos kommen mal gucken ist auf jeden fall ein towa bohu vielleicht komme ich irgendwie an karten vielleicht gibt es einen vlog aus frankfurt kein plan vielleicht gibt es auch wieder den stream dann auf der spielreaktion hier vor ort quasi hier aus dem aus dem studio doof gesagt auf jeden fall war das jetzt hier doch noch ein bisschen länger als ich gedacht hätte aber es ist das typische ende wenn wieder viele aktuell interessanten sachen sind und ich hier wieder 18 stunden zu irgendwelchen tickets laber dann passiert das eben trotzdem vielen dank fürs zuhören macht euch ein schönes auch wenn fußballfreies wochenende oder gut länderspiel ja aber vfb freies wochenende war trotzdem schönes wochenende für das zuhören und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal